Ja, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr seht, ich bin zu Hause und ich habe mir gedacht, ich mache mal so ein bisschen auch ein Unboxing-Video. Ich habe ein junges Unternehmen aus Deutschland entdeckt, die eigentlich wirklich tolle, preisgünstige Produkte haben und ja, eigentlich das Wichtigste für jeden E-Autofahrer und E-Autofahrerin natürlich darstellen. Und ich möchte euch zwei Produkte heute mal zeigen. Ich wünsche euch viel Spaß. Nach dem Intro geht's los. Ja, hallo also in diesem Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Es geht in diesem Video wieder mal bei Neo Energy um das Thema alles ums E-Auto herum. Das heißt, wie lade ich zum Beispiel auch mein E-Fahrzeug. Und ja, ich freue mich ganz besonders, eine Firma, die nicht nur aus Deutschland und jung und dynamisch ist, heute mit ihren Produkten auch vorzustellen, sondern ja, eine Firma, die eigentlich sogar um die Ecke bei mir ist, kann man sagen. Und von der Seite hat sich das ganz trefflich ergeben. Ich weiß, einige kennen vielleicht schon die Firma selbst. Absina ist der Name. Die Absina GmbH ist, wie gesagt, noch gar nicht so alt, aber immer mehr vertreten an verschiedenen Stellen, zum Beispiel in Online-Shops. Da werdet ihr sicherlich auch schon Produkte gesehen haben. Sie stellt zwar Elektronikartikel her, allgemein, aber auch besonders und immer stärker. Sehr günstige, praktische Artikel für das Thema Elektromobilität. Da haben wir zum Beispiel ein Batterieladegerät für alle gängigen 12 Volt Batterien. Ihr habt vielleicht auch in eurem E-Auto eine sogenannte verstärkte Batterie drin, zum Beispiel eine sogenannte EFB- oder AGM-Batterie, die einfach zyklenfester ist. Oder auch in eurem normalen Hybrid- oder Verbrennerfahrzeug hat man eine 12 Volt Batterie. Manchmal aber auch eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie, zum Beispiel gerade im Camping kommt das immer mehr vor. Auch solche Produkte hat dieses Unternehmen. Aber ich möchte gar nicht auf das Unternehmen heute direkt gehen. Ich wollte es euch nochmal kurz zeigen, dass dieses Unternehmen auch andere Produkte hat. Aber ich habe zwei Produkte heute von Absina zur Verfügung gestellt bekommen, um die euch mal zu zeigen. Und das Erste, was uns hier auffällt, ist, wir haben eine Kartonage aus einer sogenannten Grasbox. Das heißt, die ist schon sehr nachhaltig. Und ich denke, E-Auto-Fahrer und Fahrerinnen sind ja sowieso schon an sich ein bisschen auf das Thema Nachhaltigkeit gedacht. Und da finde ich schon ganz toll, dass man bei der Verpackung anfängt. Und wie wir hier sehen, das ist jetzt eine Kartonage aus 30% Grasbox und 70% Alt-Kartonage. Und wir packen das mal hier aus. Ich sehe schon, da ist eine Tasche drin. Die scheint auf jeden Fall sehr robust zu sein. So, jetzt gucken wir mal, hier die Lasche raus. Dann legen wir mal das Ganze hier zur Seite. So, hier ist auch mal aus dem Weg. So, dann würde ich sagen, packe ich mal auch diese schöne Taschen aus. Also die scheinen schon mal für das Auto gedacht zu sein, weil die sind sehr robust. Und auch ein Karabinerhaken, sehe ich, ist hier dran. So, dann machen wir da einfach mal die Reißverschlüsse auf. So groß wie die Taschen sind, aha, ich sehe schon, da ist einmal ein Ladekabel drin. Und wenn wir mal hier das raustun, eine Anleitung natürlich ist auch immer dabei. Das ist ganz wichtig. So, machen wir hier auch mal. Ich bin auch nochmal ein bisschen rausgestopft hier. Auch hier eine Bedienungsanleitung dabei. Wir sehen schon hier ein Kabel. Das schauen wir uns auch gleich nochmal alles in der Garage an, würde ich sagen. Ja, hier, ich denke, ist es relativ selbsterklärend. Ein typisches Typ 2 Ladekabel. Das sollte normal, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, 5 Meter sogar sein. Und 5 Meter ist auf jeden Fall wichtig im Alltag. Es gibt aber auch kürzere Längen entsprechend oder auch noch längere Kabel entsprechend. Und hier sehen wir, ist auch nochmal ein Klett mit so Ösen dran. Wie gesagt, schauen wir uns später nochmal an. Ich lege das jetzt hier mal zur Seite. Und so groß auch wie die Taschen sind, finde ich schon mal ganz praktisch und gut. Hier könnte man auch zwei Sachen auf jeden Fall einlegen. Das heißt, ja, kann man auch mit einer Tasche gut leben. Ich würde sagen, das eine legen wir jetzt mal weg. Wie gesagt, ich denke, das Kabel ist ja relativ selbsterklärend. Und ich sage noch ein bisschen gleich was unten in der Garage dann. Wir gehen jetzt gleich nochmal runter. Ich lege das mal hier aus dem Weg. Und auch diese Tasche lege ich mir hier mal weg. Und hier haben wir was ganz Besonderes. Und zwar, das ist ein sogenanntes Notladekabel oder IC-CB. Also in-Cable-Control-Box heißt das Ganze. Und das bedeutet, genauso wie das Schuko-Ladekabel ist das eigentlich, was man auf jeden Fall, finde ich, dabei haben sollte. Denn mit so einem Kabel kann man eigentlich an jedem Schukoanschluss entsprechend, am besten, wenn es eine Hausinstallation ist, irgendwo kann man sein Fahrzeug aufladen. Und auch hier sehen wir schon, ist wieder ein Klett mit zwei Ösen dran. Und ja, hier ist diese Box dann entsprechend. Die habe ich mir sagen lassen, von Absina sei sogar relativ stabil gebaut worden. Das heißt, auch wenn versehentlich das irgendwo auf dem Boden liegt und es wird drüber gefahren, genauso wie der Stecker, kann auch bei höherem Gewicht das Ganze nicht gleich kaputt gehen. Die Kabel sind auch brandsicher entsprechend entworfen. Und hier hinten, sehen wir, ist noch ein Haken. Das heißt, könnt ihr das auch zu Hause irgendwo über den Nagelkopf dann entsprechend irgendwo an der Wand zum Haken dann einhängen. Ja, finde ich auf jeden Fall eine praktische Sache. Wie das Ganze funktioniert, würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal bei mir jetzt in der Garage an. Tja, wir haben Freunde in Bayern und es ist schon einige hundert Kilometer von uns entfernt. Und ja, die beiden haben kein eigenes E-Fahrzeug und entsprechend auch in ihrer Garage, so wie jetzt hier bei uns zu sehen hier gerade, nur eine Aufputzdose und lassen uns immer laden. Und das ist halt der Vorteil, überall wo eine Stromanschlussmöglichkeit, wie zum Beispiel eine handübliche Schuko-Steckdose ist, kann ich mein E-Fahrzeug laden. Und das geht hier in diesem Fall dann auch mit einem Schuko-Notladekabel. Wenn ihr also die Zeit nutzen wollt, wenn ihr irgendwo seid und ihr habt eine freie Schuko-Steckdose zur Verfügung, dann nehmt einfach dieses ICCB, dieses Notladekabel und geht wie folgt vor, einfach kinderleicht das Ganze zu bedienen. Also ihr nehmt einmal diese Anschlussmöglichkeit hier mit dem Gerät, zum Beispiel eine Schuko-Steckdose, wie wir sie hier haben. Üblicherweise Aufputz-Steckdose ist natürlich auch immer irgendwo eine Elektrik, die auch geprüft wurde, von der Seite das passt. Dennoch, da gibt es auch nochmal, habt ihr hier auch verschiedene Leuchten. Diese Leuchten zeigen euch an, ob ja irgendwo vielleicht auch ein Fehler in der Installation ist. Hierzu könnt ihr jederzeit nachschauen in eurem Handbuch oder auf der Rückseite, auf Englisch, habt ihr dann auch nochmal verschiedene Möglichkeiten herauszufinden, welchen Fehler euch gerade das Gerät anzeigt. Dann nehmt ihr die andere Seite natürlich vom fahrzeugseitigen Stecker. Ja, verbinde das Ganze und jetzt kann das Ganze mit bis zu 3 kW laden. Ja, also dieses Notladekabel ist natürlich eine wirklich praktische und saubere Lösung und sollte auf jeden Fall nicht fehlen in einem E-Fahrzeug. Denn, ja, ihr wisst ja zum Beispiel auch, wie bei meinem MG4 Standard, oftmals kann man gar nicht so schnell laden in einer häuslichen Installation. Und selbst wie hier, wie wir jetzt gerade sehen, eine Wallbox haben, kann ich mit meinem MG4 Standard gar nicht so hohe Ladeleistungen ziehen, aufgrund der Schieflast. Und, ja, wenn man irgendwo ist, zum Beispiel jetzt bei unseren Freunden und Bekannten dann entsprechend und die sagen, ey, ich kann jetzt meine Schuko-Steckdose nutzen, nutze ich das Ganze, weil das Auto steht ja vielleicht, wenn man zu Besuch ist, auch eine Stunde, zwei, drei. Und das sind auch vielleicht nur ein paar Kilometer, aber warum die nicht nutzen? Wenn ihr den Ladevorgang beenden möchtet, trennt das Ganze natürlich in umgekehrter Reihenfolge wieder. Das heißt, geht ans Fahrzeug hin, entriegelt den Anschluss, zum Beispiel, wenn ihr die Öffnungstaste drückt in eurer Fernbedienung oder schließt das Fahrzeug auf, dann zieht den Stecker erst vom Fahrzeug entsprechend wieder ab und dann von der häuslichen Installation. Das heißt, Stecker raus aus der Schuko-Steckdose und dann könnt ihr es entsprechend wieder verstauen. Außerdem, ja, habt ihr bei jedem Kabel, so wie hier, ja, mal gucken wir uns auch noch an, das normale AC-Ladekabel, habt ihr auch immer diesen Klett hier dabei. Ich mach das hier mal raus und an diesem Klett, da könnt ihr das entsprechend verstellen, dann fährt es auch nicht so rum und ich finde auch ganz praktisch, hier oben sind ja noch zusätzlich solche Ösen. Beim Typ 2 ist es genauso einfach und es sollte auch natürlich in keinem Fahrzeug fehlen und auch hier hat Absina natürlich verschiedene Kabel, aber vor allem die klassischen 11kW-Ladekabel, die sind natürlich abwärtskompatibel, das heißt, ihr könnt auch kleinere Ladeleistungen entsprechend mit diesem Kabel nutzen. Aber 11kW ist eigentlich ein Standard bei vielen Fahrzeugen, das heißt, es gibt auch Fahrzeuge mit 22kW, aber in der Regel habt ihr oftmals nur 11kW an einer Wallbox oder an einer öffentlichen Ladestation. So, und was müsst ihr dann machen? Das gleiche eigentlich auch wie beim mobilen Ladeset entsprechend. Ihr habt einen Anschluss einmal beim Fahrzeug, den steckt ihr beim Fahrzeug wieder rein. Und dann habt ihr nochmal eine Seite, die ihr entweder an der öffentlichen AC-Ladestation einführt oder halt an eurer Wallbox. So, und jetzt kann das Ganze wieder laden und ja, ihr kriegt jetzt 11kW mit diesem 5-Meter-Kabel in euer Fahrzeug reingepumpt. Das geht natürlich wesentlich schneller und deswegen auch das sollte auf jeden Fall nicht fehlen. Und ich finde, es hat auch bei Apsina einen sehr tollen Preis. Die Qualität kann man auch sagen, ist top. Das heißt, ihr habt ein sicheres Steckersystem, ihr habt hier Spritzwasser und Staub geschützt, also das heißt, wenn es regnet oder wenn Dreck irgendwo durch die Luft fliegt, wird hier, wenn es eingesteckt ist, nichts passieren. Das heißt, das ist auch hitzebeständig, ihr habt einen Überfahrschutz. Das heißt, auch wenn der Stecker jetzt irgendwo rumfahren sollte, könnt ihr ja bis zu 2 Tonnen diesen Stecker belasten. Ihr habt 10.000 Steckerzyklen und ja, wenn ihr da nicht zufrieden seid bei den Produkten, habt ihr auch eine Rückgabegarantie entsprechend von Apsina. Und ja, ich würde euch einfach nur mal empfehlen, schaut doch mal in den Shop von Apsina rein. Wir haben uns das jetzt mal angeschaut. Ich habe noch ein zweites Video, das wird dann kein Neo Energy Video, sondern ein Neo Profi-Tipp kann man sagen wieder. Also das heißt Neo Video mit einem Profi-Tipp und ihr könnt euch denken, es wird für Apsina sein. Schaut da auch bitte, wie bei jedem weiteren Video, das ich von den Produkten von Apsina mache, gern auch mal rein. Und vielleicht kann sich das Ganze ja lohnen, wenn ihr beim nächsten Mal beim Profi-Tipp natürlich auch wieder reinschaut. Würde mich sehr freuen und ich glaube euch da draußen auch, denn ich glaube, da habe ich bestimmt eine ganz tolle Überraschung für viele, die jetzt noch ein paar Tage abwarten, bis der Profi-Tipp dann kommt und die sich vielleicht auch so ein preisgünstiges Kabel bestellen wollen. Ja, seid doch mal gespannt. Ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder reinschaut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und ich lasse jetzt einfach mal die Autos laden, dass die auch morgen voll sind. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.